. Beine, Beine, Beine! Komm selber rein da, lass ihn! Lukas! 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 Jawoll, rot blockt nur! Weiter vorwärts, lass ihn! Komm schön weiter rein da! Immer nach vorne! Auf der Matte 1, Kampfnummer 57. Jawoll, da bist du gut! Roten Lockenrohr! Hey, was denn? Matte 1, bereithalten bitte die Gewichtsklasse bis 71 Kilogramm. Seidlich! Scheiße! Seidlich! Start! Alli! 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 Ja, vorwärts! Schön, schön vor dir ertreiben, jawoll! Rot blockt doch nur! Kürzner! Weiter, weiter, weiter! Ohne immer weiter! Nicht so gut gehen den Kasten! Das ist nicht so bedankt! Komm, lass ihn von uns! Jaa! Komm, komm, komm! Jaaaa! Schön. Schön! Und weiter gleich! Arbeiten! Schön! 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 Und blickt doch nur ab! Ich bitte, die in den Innenraum nichts zu suchen haben, diesen auch zu verlassen und den Ordnungsdienst vielleicht mal ein bisschen aktiver durchzusetzen. Ein Ding noch! Viel Arbeit! Gut! 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 Und jetzt, der Vorsitzende der deutschen Rühnebundes, Jörg Richter, mit euch rüber geht in das Vereinsheim des KSV drüben an der Ostermannhalle. Also nach dem Abschluss des Nachmittagsabschnittes, alle LO-Pressreferanten treffen sich vor der Kusemannhalle und gehen mit Jörg Richter gemeinsam rüber. Da stehst du gut, Dastin! Rot-Passiv, der macht doch nichts! 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 Komm, weiter, gleich hast du es! Weiter, weiter, weiter! Was denn? Was denn? Was? Die Lasten! Die Lasten! Die Lasten! Die Lasten! Die Lasten! Die Lasten! Rechts auffassen! Das ist die Lasten! 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 Jawohl! Und jetzt Feuer! Komm! Vorwärts! Abreißen! Jawohl! Und geht da durch! Zur Tone! Komm! Komm, Dastin! Komm! 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 Ja, hochklassige Begegnung auf der Matte. Zwei beim Stande von 3 zu 3 aufgrund der letzten, der letzten Wertung siegreich vom KV Riegelsberg aus dem Saarland, Etienne Kinsinger! Applaus 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 Vielen Dank.